Schräge Räume Dieser Name kam dadurch zustande, dass wir einen Gegenpol setzen wollten zu der Architektur aus den 70er Jahren und aus dem Neubau, der jetzt hier gerade erstellt wurde, aus den 2020er Jahren. Ich hatte diese 1 zu 1 gebauten Räume schon mal in einem kleineren Maßstab, ich glaube 1 zu 20, in der Werkstatt vorbereitet. Und diese Räume waren dann die Grundlage für die fünf Gruppen, die sich aus dem Klassenverband gebildet haben.